Moin, Moin, hier ist wieder euer Robin für euch. Ihr habt es heute morgen vielleicht gesehen. Ich habe mir ein gesundes Frühstück gemacht. Wäre gesagt ungesundes Lachs- und Fleischsalat. Und dazu benötige ich noch ein paar geschnittene Eier. Und ja, die mache ich jetzt fertig, weil ich denke, ein kleines schönes Sonntags-Abends-Video passt ganz gut. Am Fasten-Orfend, am heutigen kaum nimm als Montag, Rosenmontag. So sieht es nämlich aus. Wie ich gesehen habe, hat euch heute morgen mein Video gefallen. Finde ich gut. Ich finde es schön, dass ihr meine Videos unterstützt. Einer hat auch drunter geschrieben. Er hätte gerne mal wieder einen Robin kommentiert Kommentare. Das kommt bestimmt. Ihr fragt doch sicherlich, warum ich keine Eierschneidemaschine nehme. Warum denn? Ich habe mal geguckt. Ich brauche gute zwei Eier. Ich schneide hier wieder hoch. Dann seht ihr auch, was ich mache. Warum ich auch die gefärbten Eier schnee. Ich könnte mir die Eier auch kochen. Im Kochtopf. Aber ich bin da ein bisschen faul. So sieht es nämlich aus. Diese Eier sind auf jeden Fall lecker. Jetzt habt ihr gesehen, wie ich meine Eier schneide. Für meinen. Oder nennen wir es einfach mal Eiertutorial. Wie schneide ich Eier richtig? Ciao mit Frau Robin. Tschüss.